Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, wo ich immer noch im Baum stehe und die Ines mich jetzt hoffentlich endlich versteht. Ja, eindeutig besser. Ja, also ich habe gesagt, dass du noch eintippen musst, dass du cheaten kannst und dann kannst du dich zu mir hin teleportieren. Das war der Satz. Ja, bin ich gerade dabei. Okay, das ist sehr schön. Bin ich voll in der Mache. Das ist super. So. Oh ja. Jetzt bist du erst mal kreativ. Ja, ich muss ja teleportieren. Dann musst du kreativ für sein? Ja klar, oder? Das weiß ich nicht. Dann kann ich dich hier gleich wieder rausschmeißen. Nee, das ändere ich dann gleich wieder. Okay, das kannst du. Ja, ja, doch, das geht. Das ist kein Problem. Jetzt ist meine Axt kaputt gegangen. Ich musste nur noch fünf oder sechs Stämme hier abgeschlagen. Du warst Lea. Unterstrich. Und dann Lala, ne? Und dann Lala, ja, ja. Tada! Yay! Ich bin hinter dir. So, warte, ich ändere das jetzt mal eben. Ich schlage hier gerade die gute Schwarzarchie für dein Haus ab, ne? Oh! Oh, das ist die Teure. Die gute Teure, ey. Extra weit für gewandert für, ey. Ich muss erst mal eine Dingin ziehen, erst hast du wieder auf Überlebensmodus. Ja, jetzt bin ich wieder... Die Inis cheatet! Ich hab's doch geändert, Mensch. Man muss im Leben mal cheaten, hör mal, sonst kommt man nicht durch. Ja, aber fliegen, fliegen und alles kannst du, glaub ich, immer noch. Nein. Probier's mal. Nee, ey, irre. Ja, gut, dann. So ein Scheiß aber auch, ne? So was? Ich muss eben eine neue Axt holen, dachte. Ich bin sofort wieder da. Ich bin gerade abgehauen. Knall hart. Was ist das denn? Eisenachs? Warum hab ich die nicht genommen? Scheiß Steinachstier, ey. Ah, ich hab ein Setzling. Ah! Ja! Ein Setzling. Ein Schwarz-Eichensetzling. Den kannst du direkt rüber rücken. Mich kostbar ist noch einer. Ich weiß, ich hab ja gerade einen Baum abgeschlagen. Komm und hol's dir. Komm und hol's dir. Ja, die kannst du gleich schön... Ach, da ist noch einer. Moment. Alter, ey. So, das ist ja wie Weihnachten. Das, das mach ich denn das nächste Mal, wenn man Meck ist mit deinem Pommes, ey. Nein! Nein, 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 nein. Das ist herzlos. Ja, komm. Nein. Komm, komm. I, 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 I. Au! Aua! Warum ist Scheiße? Voll aus dem Gehege gekickt, ey. Jetzt musst du ganz außen rumlaufen. Egal, ich hab deine Setzlinge. Ja. Komm, vielleicht noch ein paar mehr. Glaube ich dir. Ja, ich mach die Tür zu. Pass auf, ich baue dich jetzt hier zu. Dann kommst du hier gar nicht mehr durch. Hast du nicht kein Werkzeug. Du kannst immer Zau nicht springen. Mann! Da kommst du ja auch nicht drauf. So. Sieh zu, wie du hier durchkommst. Du bist so dumm. Du hast mein Zau kaputt gemacht, Alter. Mit dem Sämmling. Mach das wieder ganz. Ich töte dich gleich und dann hängst du wieder in der Pampa. Da haut sie ab. Dann geh ich eben in die Wüste zu den Schafen, die verstehen mich. Da kann ich dich auch töten. Wenn du mich kriegst, wenn du mich findest. Ja, natürlich krieg ich dich und finde ich dich. Tschüss. Du gehst immer was Richtung MPC-Dorf, ne? Ne, zu denen will ich nicht. Ich weiß nicht, an dem einen Tag war das so schlimm, wo wir diese Fäden gefunden hatten. Ich hatte am nächsten Tag genauso. Ja, die hast du jeden Tag, hast du solche Leute. Jeden Tag. Jetzt müssen wir dazu sagen, dass wir beide im Einzelhandel arbeiten. Jeden Tag hast du sowas. Hä? Na. So. Die musst du so anbauen, sonst geht's nicht. Ines. Ich mach doch nichts. Guck mal. Das ist Nutella und Nougat. Kannst du mal bitte das Loch zumachen? Du hast den Zaun noch eingesammelt, oder nicht? Nö. Ich hab keinen Zaun. Ich hab Sand. Alter! Du hast doch den Zaun abgehastet. Da hat er nichts gedroppt. Hat er, hat er, hat er. Nee. Hat er. Hat er doch, oder nicht? Nein, der kam nicht. Alter. Jetzt muss ich ins Lagerhaus laufen und die Scheiße holen. Magst du die Schafe nicht? Ich möchte hier nichts drauf haben, deswegen hab ich den Zaun noch gesetzt. Guck mal, ich hab, ich hab was, wo ich das so weggelaufen. Ich hab was für dich. Das heitert dich wieder auf. Nee, das heitert mich gerade nicht auf. Doch, doch, hier, guck mal. Hier. Löwenzahn, jawoll. Sand, was, was will ich denn mit Sand? Ach, hei, jetzt ist sie wieder beleidigt, weil ich ein Schaf gekillt hab und eine Kuh. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich hab beeifelt, ich guck mal. Guck doch mal. Leck's doch. Guck doch. Ja, hier, ich werf's jetzt auf dich zu. Da hast du hinten gelandet, hast du gesehen? Ha! Ja, ich geh jetzt Zaun holen. Bau dein Haus alleine. Ach, hier ist ein rosa Schaf. Wieso rennt hier? Das ist eine Schweiß. Das ist kein Schaf. Ach so, okay, egal. Moment, Moment. Es ist dunkel, ja? Außerdem weiß man bei dir nie hier. Die haben alle die gleichen Augen. Ja. Nein, du musst da, nein, nein, die Schweine gucken nach oben, die Schafe schielen nach unten und die Kühe gucken zur Seite. Weil du die wahrscheinlich alle misshandelt hast. Nein. Doch. Nein. Oh, meine Katze macht Purzelbaum. Jetzt hat die pennt. Ja, nee, die ist ja... Ich hab mir ja noch einen Pulli angezogen, dadurch ist sie wach geworden. Jetzt hat sie direkt... Pulli? Ja, mir ist kalt. Pulli. Vom Sitz. Ich hab ja meine Heizung hier auf volle Pulle stehen im Arbeitsstimmer. Meine ist wohl nicht an. Ja, doch. Ich... Boah, hier ist es so kalt, wenn man sie nicht heizt. Die geht ja jetzt auch außer 10 Minuten. Die geht ja irgendwann morgen früh wieder an. Das ist scheiße. Fängst du irgendwann so gegen drei... Wuh, 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 wuh. Du musst dir so eine Fußheizung, musst du dir dann unterm Tisch machen. Was soll die Strom fressen? Dann gibst du dir den Eimer mit heißem Wasser. Fertig. Wasser ist auch teuer. Wärmflasche? Wärmflasche? Das könnte ich immer anschaffen, eine Wärmflasche. Das wäre episch, ey. Wärm und dann, bevor du ins Bett gehst, halbe Stunde, legst du die schon rein und dann ist das Bettchen schon warm. Oh, geil, ne? Ja, stimmt. Wenn ich um drei Uhr ins Bett gehe, ist mein Schlafzimmer ja kalt und mein Bett ja auch. Eben. Und da ich ja keinen Mann habe, der das wärmt. Äh, jetzt bleib doch mal hier. Hier. Achtung. Da hast du deine blöden drei Dinger da. Hast du kein viertes? Dann hätte ich einen Baum pflanzen können. Nö. Guck, wie du klarkommst. Wenn ich hier nicht rauskommen würde. Das schrotest ja immer alles direkt. So, ich baue jetzt deine Hütte. Aus Schwarz Eiche. Yeah. Ja. Das habe ich auch verdient. Ja, nachdem. Ich komme hier nicht hoch. Wie, kannst du nicht gehen? Kannst du nicht hüpfen? Ja. Ich kann nicht hüpfen. Ja, ja, ja. Aber bei mich lachen, ne? Ja. Das war ja auch lustig. Was? Oh. Mit voller Überzeugung. Ich kann nicht gehen. Was? Oh nein. Jetzt bist du jetzt selber schuld. Gibt mir doch nicht solche Vorlagen. Was machst du denn da? Wie, dass es gerade aussieht. Du brauchst ja so ewig, um mir ein Haus zu bauen. Lacht sie schon wieder. Aber Hauptsache, du siehst aus wie Robin Hood, ja? Das ist mir scheißegal. Kopf wie ein Kürbis. In Orange. Das sehe ich gar nicht. Nee, ich sehe ganz normal aus. Mit Hotpan-Schleife. Nee. Doch. Doch. Hammer, ey. Da kommt die da reingeschwebt. Gegleitet, ja? Du bist Peter Pan in dem Spiel, ey. Nicht ich. Hammer. Ey, alter Schwede, ey. Du kriegst auch einen Herzinfarkt, wenn du so weiter machst. Kann die Figur sich eigentlich auch hinsetzen? Das wäre ja witzig, ne? Bob. Nee, aber du kannst, äh... Du kannst, glaube ich, NPCs so komisch hinstellen. Dass sie so geduckt gehen. Okay. Ja, ja, ganz seltsam. Ich kann so ja nicht spielen, ne? Ich kann so echt nicht spielen, ey. So, besser. Okay, hier kriege ich... Das wird mein Haus hier. So, abseits des Schuss. Ja, guck, hör mal. Das ist, hör mal, du bist großzügiger als der Herr Nasch wäre. Geh da mal gucken, wie groß das überhaupt ist. Oh. Oh. Ja, siehste? Fühl dich geschmeichelt. Boah, also, Knastzelle ist größer, ne? Ja, zwölf Quadratmeter. Nee, fünftin sogar. Oh, Mann. So. Sehr schön. Boden. Boden sitzt. Ich geh ne Tür eben schnell machen. Ja. Ach, die ist ja noch im Default. So, viel zu. Ich hab nen Textumpa gefunden, was nicht im Default ist. Kannst du dann bitte aus dem Weg gehen? Danke. Ist dein Haus, ne? Alter! Das war für eben. Was für eben? Du hast mich eben auch mehrmals geschlagen. Ja, weiß ich. Mit, äh, zu Recht, ne? Alter, ich komm hier nicht um. Ah, sie kann nicht hüpfen. Sie kann nicht hüpfen. Sei ruhig. Du kannst nicht gehen. Ich hab ja hier was, was, was vor. Hm. So. So schick. Gefällt mir. Tür. Das ist eine Schwarz-Eichen-Tür im Default. Das sieht so dumm aus. Naja, egal. Hauptsache, Tür. Ja. Geht zu, geht auf. Wie möchtest du denn deine Wände haben? Erstmal muss man hier gleich noch ein Loch... Da regnet's rein sonst. Ja, das machen wir gleich, wenn ich weiß, wie du deine Wände, deine Decke haben möchtest. Okay. Ist egal. Wie? Hast du einen Hut auf? Ich hab keinen Hut auf. Ich hab noch was von dir. Hier, guck mal. Deine Leggings. Meine... Meine Leggings. Ja. Ich hab auch deine Leggings. Was soll er sonst hier liegen lassen? Na, sowas aber auch. Im Nähter, weiß ich. Ja, später war so nackt durch die Hölle. Ja, hallo, ey. Ich hab ja nur eine Hotpen an, ne? Nein, hast du nicht. Bist du wohl, ey? Du hast... Braune Rose. Nein, hab ich... Nein, geh weg, hab ich nicht. Das ist nicht so, dass du so einen Stolpen anhättest. Ja, geil. Prima, aber... Voll sexy, Stolpen sind richtig geil. Steh ich ja voll drauf, ey. Weil die so orangenen Haare ich immer... Mh... Warte, dieses LP sollte eigentlich jugendfrei bleiben. Oh. Hm. Liebe Kinder. Klingt komisch. Falls eh... Ist aber so. Ist aber so. So, jetzt weiß ich auch nicht, wie du deine Wände machen willst. Kobbelwände haben? Ne, ist doch scheiße aus, oder? Kobbelwände? Kobbelwände? Oh doch, ich find die ganz schön. Okay. Machst du kurz Kobbel rein. Und die Decke sah wahrscheinlich aus, wenn es einheitlich aussieht. Ja. Ja. Na, mach mal Kobbel rein. Sieht zwar aus wie das Lager aus, aber... Mach mal Kobbel rein. Das macht nichts. Besser als bei Nico, ne? Also, nebenan. Ja, ja, das ist ja... Da kann man sich ja nicht mehr um sich selbst drehen, ey. Diese Rose hier noch. Ja, ich hab aber an Dekoration gedacht. Also. Kein Klo, bitte. Da braucht noch eine Rose drinne. Ja. Möchtest du ein Badezimmer haben? Kann ich dir auch noch hier reinbauen, wenn du möchtest? Das Bett ist erstmal das Wichtigste. Ja, das ist richtig. Schließlich musst du ja spawnen können, ne? Mhm. Mhm. So, jetzt reißen wir die Decke hier noch raus. Und wir die schön mit Kobbel machen. Also, Glasdach wäre schon schön, ne? Kann ich dir eventuell auch noch machen. Also nicht komplett, aber wenigstens hier vorne vielleicht. Ah, nee, nee. Aber ich wollte das eigentlich wieder zubauen, damit das so... Ich wollte das ja in dem Berg drin haben, weißt du? Bin ja mal gespannt, wann die zwei euer, ihr, euer was? Den ihr, ähm, Laufteller, wann die das da hinkriegen. Ach, hast du so einen geholt, oder wie? Aus Holz, voll teuer, das Ding, ey. Was, im Internet oder auch beim Fressnapf? Auch beim Fressnapf. Ah, okay. So einen Holzlaufteller. Ich wollte eigentlich so ein Laufrad holen, aber dann dachte ich mir, wenn du da alles jetzt vollhängst mit den ganzen Klettermöglichkeiten, nachher klettern die auch das Laufrad und dann fallen sie runter und dann habe ich den Salat, weißt du? Ah, ja. Dann habe ich halt den Teller da geholt. Obwohl die Degos im Fressnapf bei uns in Kerpen, die haben es hinbekommen. Also die klettern da nicht drauf. Ich habe die ja schon ein paar Stunden beobachtet. Stunden jetzt nicht, aber Minuten. Pause ist begrenzt auf 60, ne? Und, ähm, habe ich Erde dabei? Nee, ne? Doch. Tatsächlich habe ich Erde dabei. Ach, ich habe doch gerade Erde geklappt. Hast du diesen einen Block hier in der Mitte? Hä? Was ist... So, sorry. Ups. Nur am Meckern, die Frau, ey. Weißt du, wo ist denn dein Haus? Oh, dann, was ist denn noch hier? Bisschen wach. Hätte ja sein können, dass das irgendeinen Zweck erfüllt. Och Gott. Hat sie in die Ecke gekauert, ey. Hier, Bett. Ich habe immer noch einen Trauma von Anna. Tschüss. Yeah. Ich hole dir noch eine Lampe. Das ist so doof. Du kannst nur nachts schlafen, du kannst nur nachts... Das stimmt. Ich kann auch am Tag schlafen. Das ist richtig. Ich habe heute bis zwei Uhr im Bett gelegen. Nachmittags. Zwei Uhr, ey. Ja. 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 Da war ich schon acht Stunden auf. Warte mal. Ja, du musstest ja auch arbeiten. Ich nicht. Ja, aber es ist später. Ja, du musst ja noch zwei Pferde kümmern, ne? Zwei Ponys. Ja. Ich habe gestern, ich hatte keinen Bock mehr. Ich war bis drei Uhr noch wach. Dann noch ein bisschen, habe ich noch ein paar Let's Plays geguckt und dann habe ich mich irgendwann, bin ich mittendrin eingeschlafen. Dann hat mich das Licht meines iPads geweckt. Oh nein, wie unangenehm. Ja, ja. Dann habe ich es dann ausgemacht und dann habe ich weiter geschlafen. Dann hatten wir irgendwie halb zwei oder wo ich wach geworden bin oder so. Ja. Ja. Und dann habe ich mir noch ein Let's Play angeguckt und dann bin ich dann, weil ich dringend Pipi machen musste, aber auch endlich mal aufgestanden um zwei Uhr. Habe ich noch Pfeiltüren? Ja. Vier Stück noch. Und das Eisengitter nehmen wir auch noch mit. Eisengitter. Buch. Wie mache ich denn Bücherregale? Weiß das jemand? Weißt du das? Ja, ich weiß, wie das geht. Du gehst einfach in ein NPC-Dorf und nimmst die Bücherregale mit. Habe ich das nicht gemacht sogar? Haben wir Bücherregale nicht geklaut? Doch, klar haben wir Bücherregale geklaut. Tonnenweise. Ja, wo sind die denn? Ich habe hier tonnenweise Bücher, aber wo sind denn die Bücherregale? Aber die haben wir mitgenommen. Dann haben wir die Bücher noch mitgenommen, nicht die Regale. Nein. Du hattest doch, ich weiß, du hattest doch mal schon mal gesagt. Nimm die Regale mit. Ich weiß nicht, wie man die macht. Ja, so macht man sie zumindest nicht. Ja, und dann haben wir, glaube ich, die Bücher eingesammelt. Und ich habe hier 21 Bücher. Wir haben noch so viele Bücher, haben wir noch nicht gefunden. Doch. Wir haben doch 20.000 Dörfer gefunden. Ja, aber warum habe ich denn 22 Bücher oder 21 Bücher und kein einziges Bücherregal? Na gut, dann haben wir die Regale wann anders mitgenommen. Ich habe hier aber keine Regale. Ja, deswegen sage ich, dann haben wir die wahrscheinlich wann anders mitgenommen. Aber die waren noch in keinem NPC-Dorf mehr drin. Vielleicht in meiner Welt oder irgendwo anders. Ich glaube nicht. Naja, dann kriegst du kein Bücherregal. Ich bin sowieso keine Leseratte. Deswegen sage ich doch, mach mir einen Kühlschrank und ich bin glücklich. Ja, dann kriegst du doch einen Kühlschrank. Moment. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie die Bilder hier aussehen. Ja, das wird jetzt schwierig. Ich habe keine Ahnung, wie die Bücher hier aussehen. Weil bei der Honeyball in der Meinekraft, da hattest du ja hier... Alter, ich komme nicht aus dem Wort. Da hattest du ja ein Kühlschrankbild. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist. Beschwer dich nicht, wenn du keins kriegst. Lass mich das einfach überraschen. Hm, ich mache, aber ich habe kein Bild mehr. Was brauche ich dafür nochmal? Ich glaube, ich war... Ich glaube, Leder und Stöcke? Das ist ja, Leute, ein Bilderrahmen, ne? Wie mache ich nochmal... Wie mache ich nochmal ein Bild? Alter, ey, ich bin so... Ich weiß nichts mehr, ne? Ich glaube, das war ja... Das war Rahmen, genau. Und Rahmen willst du ja nicht haben. Das Schild geht anders. Wie mache ich hier nochmal ein Bild? Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe zu viel im Kreativmodus gespielt. Ist so. Ich musste den Raum kurz ein bisschen verkleinern. Warum? Obwohl... Ich hätte auch das Bett verschieben. Jetzt machst du ja meine Vorstellung gerade kaputt. Ja, ich mache es schon wieder rückgängig. Ich glaube, gerade mit dem Bettkoppel. Ähm... Ähm... Wo habe ich den Ton hingemacht? Ah, hier. Ich hoffe... Hier komme ich nochmal ein bisschen mehr mit, weil ich jetzt auch nicht mehr weiß, wie es ging. Ähm... Ging jetzt jetzt so wie die Eimer? Ging jetzt so? Nein. Hä? Warte. Ähm... Ach, ich muss ja auch erstmal Ziegel herstellen, ne? Ich bin so ein Depp. Was ist denn los mit mir heute, ey? Geht gar nicht. Ich komme gar nicht klar, ob das Spiel noch ist, ey. Ist so viel passiert. Ja, es ist echt wahr. Es ist so viel real life mittlerweile passiert. Vor allem habe ich hier auch noch Ton... Ich habe hier noch Ziegel. Ich bin so ein Idiot. So, Ziegel. Ging das jetzt trotzdem so? Ja, es ging so. Okay, alles klar. So, und dann hätte ich ganz gerne noch ein paar Büsche. Büsche. Büsche, ja. Ich habe viel vor mit deiner Hütte da. So, Büsche mitgenommen. Dann brauche ich noch Wolle. Wolle. Ähm... 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 Möhm... 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 Nee, ich nehme den ganzen Stack am besten direkt mit. Und dann brauche ich noch... Wieso kann ich jetzt schlafen? Achso, klar. Nachts. Es ist ja auch dunkel. Aber du kannst eh nicht schlafen, weil ich bin ja noch am Rumrennen. Ja, aber ich schlafe. Ja, du liegst da, aber du... Das wird nicht Tag bei dir. Ach. Weil ich ja noch am Rumrennen bin. Ach ja, dann bleibe ich einfach was liegen. Ja, dann bleibt liegen. Ich bin hier gerade total kreativ fürs Lagerhaus am Watscheln. Bin aber jetzt auch gleich fertig. Hoffe ich. Ähm... Nee. Scheiße. Ich brauche noch was anderes. Ich brauche noch mal Holz. Holz nehme ich hier. Vier und ich brauche noch Stufen. Stufen brauche ich noch. Oh, ich brauche so viel für so den kleinen Raum, ne? Das ist ja echt eine neue Sache. So. Wofür brauche ich denn so ein Sakazienholz? Ich habe ja schon den Werkbank. Oh, ich bin so ein Depp. So, ich komme jetzt. Ich komme jetzt zur Inneneinrichtung. Ja. Hey. Jetzt sind die zwei da am Abbrechen, ey. Ach, jetzt liegst du da in der Ecke? Ja, ich möchte an der Wand schlafen. Ja, ich habe die hier auch... Blick zur Tür. Ich hätte dir hier auch die Nische parat machen. Ach so, Blick zur Tür. Okay. Ja, das, ähm... Sollte eigentlich weg, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool. Man kann da ja irgendwas, weißt du, so... Irgendwas anderes machen. Ich weiß nicht, warum ich das Holz mitgenommen habe, aber viel zu wenig. Warte, ich komme nochmal wieder. Uiuiui. Ich brauche mehr Holz. Holz. Holz? Ein Nied, ein Nied Holz. Wood. Nee, Holz. Nichts, nichts Wald. Ah, nee, Wald ist Forest, ne? Gott, Englisch 5, ey. Das ist ja vielleicht der Einfluss von... Ach so, Wood kannst du doch auch sagen, wenn du in die Wälder gehst. Okay. Aber Wald ist doch Holz. Wald ist Baum, Baum ist Holz, fertig. Wald ist Baum, Baum ist Holz, okay. Alles klar, merke ich mir, merke ich mir. So und so. Und dann kriegst du hier einen Tisch, kriegst du noch. Tiny! Musste ich aber erstmal... Was machst du? Ich wollte Druckplätze sagen, aber es kam einfach nicht über meine Lippen. Ja, hat nicht geklappt. Hast du gemerkt, ne? Ja, so ein bisschen. Scheiße, jetzt brauche ich auch noch Zaun. Oh, jetzt kann ich nochmal zurücklatschen. Warte. Oh, ist das ätzend. Oh, mir spürt auch die Schulter schon wieder total weh. Ja, dann kann ich das aber direkt tauschen, da das jetzt hier nicht die Farbe ist, die ich haben wollte. So, dann stufen. Nehme ich das. So, und jetzt komme ich wieder. Ich komme! Nein, ich habe Zaun vergessen. Oh, deswegen bist du doch losgegangen. Ja! Ich komme nochmal zurück, warte. Jetzt komme ich aber. Oh, ist das ätzend, ey. Was man nicht im Kopf hat? Ja. Hat man in den Beinen, ne? Wie man so schön sagt. So. Tut so. So, jetzt muss ich mal gucken. So, jetzt hier so. Und neun. Und. Und so. Und so. Und vielleicht noch so. Nein, so nicht. Oder. Oder so. Und so. Und dann. Und dann so. Das ist auch doof, ne? Andersrum. Pass auf jetzt. Warte. Was ihr ja nicht wisst, ich habe eine Ausbildung zur Innenarchitektin gemacht. Mit Bachelor. Ja, und was da Bachelor. Bachelor. So. Das ist doch toll. Das ist süß. Wash. Vielen Dank.